ja freunde herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ja ich habe mal ein bisschen rum versucht hier und habe mit dem messer so gemacht oder mit ihr dann mit der stange hat die nachgabe und dann habe ich auch so gemacht aber hat nicht geholfen habe ich einmal gegen geballert hat nichts geholfen ja aber jetzt auf einmal irgendwie merkwürdigerweise ging das einmal versucht hat einmal geklappt und das heißt es kann das noch mal machen und ja gucken wir mal also wir müssen das ding hier in bewegung halten erst mal und das nach oben tun so jetzt stoppt er da das ist gut nur blöderweise muss ich jetzt hier meine munition verballern das ist natürlich so weit nach oben machen ich hatte vorher das ein bisschen mal darunter gemacht da sind die dinger nicht runtergefallen aber jetzt am haken da geht es da war ich ja letztes mal irgendwie von dicht dran mit der lösung aber naja gut einer fehlt wohl noch mal sehen vielleicht ein großer noch wenn es geht über dort kommen großer achtung so hoch damit hoch damit und stop der ist noch im bereich so naja ja ja moment zwei stück das ist nicht gut ja blende 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 heute ich mal eben mit der stange die kleine kann gut mit der stange umgehen ist eine auch schon weg wow vorsicht komisch ne dann ist immer was da und vorher nicht müsste wohl noch einer sein oder kommt ein dicker der reicht aber auf alle fälle so und 321 stop so so bleibt der ist gut der ist schön groß so und ach komm ey das ist doch nicht wahr jetzt auf einmal da wie wo kam denn da ist bitte schon was her das ist echt sehr seltsam naja dann gehe ich mal zu ja der eine ja klar komm ich hab platzi so der wird geplatzt dann kannst du noch mal darauf ballern ich mache erst mal in dem moment wie heißt es ja genau so weil man da geht im moment nix so 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 ok klack ich hab's gesehen und noch eine leber ich mag keine lieber lieber kotelett oder ja 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 Ja, ach, der kommt wieder. Moment. Dann versuchen wir erstmal hier lang zu laufen. Jetzt, ach, ja klar. Ähm, kannst du die mal kurz blenden, ne? Oh, weia. Ach, dieses Umdrehen. Äh, ist das hier der Ausgang? Äh, nein, das hier ist nur dieser Raum. Da könnt ihr aber leider nicht rein. Ihr könnt ja nicht hier durch, äh, wie heißt das? Zerkleinern durch diese Fallen da. Okay, dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen, wo wir raus können. Ähm, Moment. Kann ja auch die Karte ja nicht größer machen, das ist das Problem. Äh, wir waren ja von da angekommen, dann hier lang. Genau, das war ja das hier. Ähm, gut. Wir müssen erstmal ein bisschen ausweichen. Irgendwie. Der eine steht da unten, ne? Äh, ach, da oben. Ah. Moment. Hier, ich blende. Hier, Platzlein, Platzlein. Ah. Ach, klar. Äh, was war das hier? Komm, den Rubi, den müssen wir mitnehmen. Ach, komm, ey, das ist doch... Dass der eine auch hier nachkommt. Jetzt geht das Gitter runter, klar. Ey, wie beknackt ist das denn? Hallo, ihr Splendon. Ja, genau, hol den Dicken ja auch weg, komm. Och, Alter, das ist doch nicht wahr. Ja, witzig, wir können der hier treffen, bitte. Ich brauchte so ewig lange, ne? Alter, leg die doch mal hin, ey. Ah, ja, ja, klopp, 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 klopp. Los, komm, blendeln. Na, Gott. Hallo. Och, ist das bescheuert, ey. Auf einmal braucht er eine ewig lange, der sonst schneller kaputt geht. Und dann kommt noch einer und noch einer. Ey, was ist das denn? Na. Okay. Erstmal einmal wieder nachladen. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wir haben hier... Das würde ich für den Dicken nehmen. Ich hab den am Kopf oben geguckt. Ich hab doch nicht... Alter, das ist doch nicht wahr. Der kann ich in demselben Moment geballert haben, wo ich geballert habe, der Dicke. Guck mal her... Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich treff den am Kopf. In dem Moment geht auch die Dings damit hoch, ey. Ich hab da unten gar nicht hingezielt, hab oben auf seinen Kopf gezielt, ey. Wie kann das bitte schon da unten getroffen haben? Das geht ja wohl schlecht. Ach, Gott, ey. Er wollte eigentlich die Tür aufmachen, aber gut. Seltsam. Ja, halt, 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 halt. Ist leider mal geblendet, du Dödel. Hier ist jetzt nix von irgendwie ein Fach zu sehen. Achtung, er schmeißt dann Feuer da rum. Wo ist das? Da ist das der. Mal am. Ich hab vor allem vorher gedrückt, mein, die reagiert nicht. Alter. Wo ist das denn, aber? Oh, jetzt muss ich mich immer um den hier kümmern, das ist doch. Nein, der steht immer noch da hinten, man. Viel zu weit weg. Das hab ich immer getroffen, das ist gut. Wo bist du denn? Oh. Blenden? Kom, blenden, blenden, blenden ihn doch mal. Alter, der geht auch zu spät. Der ist schon ewig geblendet und dann. Plumpf. So. Ähm. Wo geht's denn? Hier geht's erstmal nach oben. Nach oben ist immer gut. Ja, und dann kommt da wieder einer. Hm. Toll. Ja, dann geh doch mal für mich. Erstmal das hier, Blinke machen. Ja, baller doch. Oh, und nochmal. So. 500 mitnehmen. Äh. Oh, nee. Nein. So. Da ist auch noch einer. Das ist aber kleiner. Jetzt Blende. Äh, Moment. Einmal hier. Ach, Gott, der ballert die vorne. Der eine sollte noch platzen, aber. Naja, gut. So, dann hier raus. Wo ist denn der Typ? Ach, das ist der Typ hier. Okay, das sollte genügen. So, nun. Hoppala. Und wir hatten einen Höllenspaß. Komm schon. Ja. Hätte ich mir jetzt dichter dran gestanden, dann hätten wir mehr Faden genommen. Oder wäre ein ganz weg gewesen, wie auch immer. So, das war echt knabbi. So. Äh. Blink. Magnumunition. Grünes Kraut. Wer kann grünes Kraut mitnehmen? Claire kann das mitnehmen. Und. Da ist Schrotmunition. Juhu. So. So, sonst noch was? Eine P10. Wird ausgetauscht gegen das Gewehr hier. Können wir mal gucken. P10. Ha. P10. Leistungsstarke Pistole mit Durchschlaggraf. Ist aber nicht leicht zu modifizieren. Aha. Gut. Dann haben wir das hier. Eine klassische Rotflinte. Genau. Hat viel Feuergraf. Verteilfrot. Über einen weiten Bereich. Gut für den Nahkampf. Ja, ja. Gut. Jetzt habe ich die ja aufgesammelt. Dann müsste die ja auch in der Werkbank so fitten sein. mal die P10 sehen. Äh. Moira kann auch mal weiter leuchten. Vielleicht gibt es da noch was zwischen den Fässern. Aber. Glaub eher nicht. Das ist auch nichts hinter. Die nächste Tür. Und. Lustig. Äh. Weiter. Und ein Gitter. Na toll. warum ich dann geht da ich meine hier sind kleiner raum na ja wie auch immer das mittagessen ist ausgegangen weiß aber nicht was wieder kommt oder so gibt heute keine pommes ich muss nie sein ich muss nie sein ich muss nie sein das ist eine heiße angelegenheit hier ach du heilige maria moment leute hier läuft die zeit das heißt ich muss jetzt meine pause machen sonst wird die folge ein klein wenig zu lang da ich weiß wie ich hier am besten rauskommen und bis zu dieser folge spannen uns das auf und sage dann erstmal für heute bye bye